So, willkommen zurück zu Fortnite. Wir beiden, Hülly und ich, sind wieder am Start. Grüßt euch. Hallo zusammen. Und ja, ich lade dich. Ich bin in der Gruppe und wir müssen hier weitermachen. Schon mega viele Waffen hier. Pläne. Helden haben wir auch schon einige. Mal gucken. Überlebende, Sammlung, Fertigkeiten. Einen Punkt kann ich noch vergeben. Ja, ich bin auch dabei irgendwie. Zack, mach ich hier noch rein. Warte, das ist... Ruderboot, Expeditionsstärke. Helden, diesen Ruder, was? Erhöht Konditionen und deren, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ah. Mach ich mal das hier. Standhaftigkeit, schwere Angriffe freischalten, Tech. Hier oben geht es dann weiter mit... Wen kann ich denn hier? Gebäude Upgrade Level. Gebäude Upgrade Level. Konstrukteur. Das ist alles für den Konstrukteur hier. Der Konstrukteursbaum. Was ist für den Soldaten? Alpha Feuer Team. Ich gucke erst mal hier. Das ist gar nicht so schlecht. Mehr Konditionen, mehr Laufen. Mach ich mal eben ihn hier. So. So, ich denke... Ach ja, ich kann auch noch was machen. Warte, auch. Irgendwas kann ich noch machen. Hier, Medieeinheiten. So. Kann ich einen Anführer nehmen? Wer wäre denn passend? Jetzt wird der Job passend. Dann nehmen wir sie Kampfkünstlerin. Ist total komplett nicht passend. Oh, drei neue Aufträge. Egal. Packen wir mal hier rein. Überleben retten. Mission abschließen. Und... Fünf Nebelmonster in erfolgreichen Mission. Was töte... Achso, töte. Ja. Ja. Guck mal, wer ist denn noch draufgingerisch? Der hier, ne? Meine Mima. Egal jetzt. Hier, von denen müsste das die Medieeinheit. Die machen uns gesund hier. Das macht mir ein bisschen Angst, aber... Ah, ich habe jetzt gerade keinen passenden Job. Meine Medieeinheit sieht aus wie die... Wie die Inkassoschläger. Also, wir müssen fünf Heilpads herstellen, zwei Missionen abschließen, einer Zone von fünf plus. Ja, das machen wir nochmal eben. Dann gehe ich mal auf Spielen. Das habe ich glaube ich auch. Wir sind ja an der gleichen Stelle. Heilpads herstellen, schließe zwei Missionen in einer Fünferzone ab. Dafür kriegen wir die gepanzerte Penny. Die GPP. Okay. Ja, dann mache ich mal auf Jetzt spielen. Heilpads herstellen. Keine Ahnung, wie wir da nehmen. Bin in der Lobby gleich. Hier, das ist doch keine Fünferzone, oder? Wer ist denn... Wer ist denn hier mit drinnen? Ach, ich habe Dingens nicht eingestellt. Geh mal wieder raus. Oh, was hast du denn nicht eingestellt? Irgendwie habe ich hier... Ach, das sind andere, ne? Ja, ja. Ja, ja. Freunde? Habe ich doch Gruppensuche. Manchmal auch privat. Okay. Ich komme mal wieder... Warte, ich komme mal kurz wieder in eine Gruppe rein. Ich lade dich ein. Ach so, ja. Nicht gemacht. Wie hast du denn... Einladung... Äh... Ich nochmal einladen. Ein... Ne, ne, ich... Warte mal... Ach, Gruppe beitreten. Jo, jetzt habe ich es. Alles klar. So. Dann müsste es ja jetzt gehen, wenn wir hier drauf... Guck mal, wie groß das noch geht, die Karte. Wenn wir hier... Ach so, das kann ich nicht sehen. Ja. Und hier, das ist auch noch riesig. Alles klar. Ich gehe mal hier wieder auf die gepanzerte Penny, damit wir das hinkriegen. Und er betritt wieder die Lobby. Boah, das wird ja wirklich noch riesig, ne? Ja. Hier ist überall noch Kriegsnebel und von den Bereichen haben wir noch vier Stück. Boah. So, nehme ich denn sie wieder hier. Die könnten wir eigentlich mal aufleveln, oder? Oh, warte mal. Das ist ein falscher Held. Heldeneinheit. Die ist natürlich auch super, die Frontsperrin. Ja. Zurückteur brauchen wir nicht... Ach komm, wir nehmen mal eine Frontsperrin. Die macht mir im Moment richtig, richtig Laune. So. Okay. Jo. Upgate. Wunderbar. Ah, bekämpfe den Sturm. Äh, finde das Ziel, wir müssen wieder einen Atlas platzieren. Wer hätte es gedacht, aber mal gucken, wie das Gebiet diesmal ist. Hm. Lass uns gegen den Sturm kämpfen. Jetzt sind wir in der Stadt. Ja, gucken wir mal hier. Ich habe hier schon das erste Blut, glaube ich. Gleich. Och ne, ne? Bleibt das echt da oben? Nö. Nö. Nö, ganz nicht. Ah, hier ist ein Überlebender. Irgendwo. Was habe ich denn? Materialien habe ich eigentlich mehr als genug. Also Metall, meine ich. Da bin ich schon fast am Kettenstein auch. Oh, meine. Ich müsste mal eben nach meinen Waffen gucken. Mach du mal hier die Typen platt. Ja. Dann werde ich mal ein bisschen wiederverwerten. Und zwar. Oh, das geht gar nicht. Oder? Die. Die ist noch komplett voll. Die würde ich auch noch wiederverwerten. Jetzt war der noch leer. Und die anderen gehen noch, ne? So. Was machst du denn hier? Äh, ich bin unten im Knast und töte gerade die Hülle. Mein Gott, wie sich das anhört. Ob ich mich da mal jemals dran gewöhne. Komm, gib mal Holz. Ja. Also wie gesagt, du darfst auch Zombies sagen. Alles in Ordnung. Ach, da bist du. Sind wir hier nicht hochgekommen? Äh, ich kam auch von unten. Ja, hier geht's, glaub ich, hoch. Weil der Überlebende wartet irgendwie noch auf uns, oder? Hilfe! Hilfe! Wo ist der denn jetzt? Noch höher. Oh, weiter oben. Naja. Scheint auf dem Dach, ne? Warte mal, ich mach mal hier sowas. Ach, hier ist er. Kaum zu glauben! Du bist der Beste! Danke! Ziel noch nicht gefunden! So, hier hab ich wieder Moon. Moon kann ich übrigens total gut gebrauchen. Nie Lust, die herzustellen. Ich geh mal ins nächste Haus. Wir brauchen ja hier jetzt nicht alle rumkloppen. Ja, genau. Ähm, damit man die Karte mal so ein bisschen frei macht. Da auch im Norden wäre, wieder einer zu retten, irgendwo. Ich hör dich noch da rumrabauten. Hier irgendwo. Hier oben. Echt, da ganz oben schon wieder? Hol die Munition! Joa. Schön alles abfarmen. Jawoll. Super! Ich brauche deine Hilfe! Oh, hier ist noch ein Überlebender bei mir. Ja, bei mir auch. Ach! Hallo! Hi! Du warst aber schnell, Junge. Ja, ich bin überstacht. Hier muss er sein. Da ist er. Gute Arbeit! Weiter suchen! Okay, das war jetzt süßig. Ei, ei, ei. Ansonsten würde ich dann nochmal hier was durchsuchen. Ist weg. Dieses Ziel ist eine Herausforderung. Such weiter! Ja, ordentlich Speck hier. Ich kann schon gar kein Metall mehr nehmen. Eigentlich nur noch Holz. Guck mal. Ja. Oh, ein Flamingo. Ich habe einen Flamingo entdeckt. Ich habe einen Flamingo gefunden. Ja, ich weiß auch noch. Ich muss mal gucken für ein paar Sachen. Muss man da auch im Internet einmal googeln, für was ein paar Sachen hier gut sind. Da habe ich noch keinen Plan. Aber, bevor wir jetzt wieder im gleichen Haus hier abhängen. Nehme ich mir doch noch die Bretter hier und die Pisse. Guck mal, das muss ich mal irgendwann angezeigt. Also mal. Was ist für den Bereich, den ich hier denn gelandet? So. Guck mal auf die Map. Da oben war noch was. Ich gehe mal in den Norden gucken. Das sind nochmal... Die Lilla-Dinger sind... Äh, das sind diese... Anomaliesplitter. Da kriegst du eine Belohnung. Ja, ja, alles klar. Das waren Anomaliesplitter. Scheine hier wohl noch... Monster auch abzuhängen. So, paar Gas-Tanks. Da brauche ich noch einen, muss ich da. Ganz ruhig, ihr Spinner. Bleibt da liegen. So. Du machst das mit den Anomaliesplittern? Mhm. Sehr gut. Guck ich nochmal weiter. Warte. Aber guck mal hier. Uh. Gerade werfen. Wo ist er denn? Da war er. Na, guck mal, was wir hier noch abgasen können. Na. Mehr Kugeln. Ich bin hier gerade im Untergrund. Ach, hier sind wieder nur Toiletten wahrscheinlich. Na ja, eh, klar. Okay. Die suchen wir trotzdem. Können ja nie was... Falsches drin sein. Ich will irgendjemand schnarchen. Ich habe eine Kiste. Ja. Ich habe eine Kiste gefunden. Warum wird mir das eigentlich nicht angezeigt? Ich kann dich eine Höhle töten. Was denn? Ich habe, ähm... Ich bin nur hier Entdecker, oder nicht? Vielleicht die falsche gerade genommen. Äh, denk dran, du musst noch die Hi-Paz erstellen, ne? Äh, wo kann man das denn nochmal machen? Äh, auf i drücken, dann auf die Fallen. Dings im Inventar wird dann angezeigt, was alles lasst und da kannst du... Die, äh, Pfeil für... Alles klar, okay. Verstehe. Ja. Ähm, na dann... Steh ich so mal her. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Da bist du, ne? Dann geht dich zur Absturzstelle. Sehr gut. Warte, ich komme mal. Ich brauche noch hier Pflanzen. Dafür. Oh, da bist du auch nicht, ne? Da müssen wir jetzt schnell hin. Okay. 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 Hier, ich bin bei der Drohne. Aber hier scheint noch nichts, äh, zu sein, ne? Ja, die kommt gleich. Ich fliege mal derweil ein paar Blümchen und Bäume, weil die brauche ich gleich. Sie stürzt ab. Da ist sie, ne? Wir müssen die Drohne so gut es geht ausschlachten. Aktiviere die Drohne, um anzufangen. Höhlen! Verteidige die Drohne! Ah, ah, da kommt auch schon. Hey, unser Empfindlich. Oh, von der anderen Seite, ne? Ah, ich bin gestorben, Alter. Alles klar, ich mach's dann. Äh, unsere Festung wird angegriffen. Okay. Äh, ich hab keine Mungen mehr. Ja, alles gut erstmal noch. Oh, da kommen ja viele, ne? Ja, bei mir geht. Oh. Oh, oh. Wahnsinn, wie viel wir hier gerade platt gemacht haben. Oh, da haben wir auch was gekriegt. Ne aktive Energiezelle. Ich glaub, das war gut. Ich weiß aber noch nicht. So, Blümchen muss ich noch aufsammeln, wegen den Medi-Pads. Da geh ich doch mal am besten hier rein. Boah, das hat echt was gebracht. Die Dinger. Der Turmschläge schlägt schon wieder hier. Wie viel brauche ich denn überhaupt noch für die Bäume? Von den Bäumen brauche ich welche? Was sind denn das überhaupt für Handwerks? Faserige Kräuter. Ein bisschen Feldfrüchten. Ein bisschen Feldfrüchte. Oder wie, ja. Okay. Speck. Warum ist hier Speck drin? Hier ist wieder was zum Aufbauen, aber ich glaube... Ja. Ersparen wir uns jetzt mal kurz, oder? Ja, genau. Ah, da hab ich noch was gefunden. Ja, so diese Splitter. Ist so hier drin? Ich hörte ich doch schon wieder klopfen. Was? Nicht? Ja. Ich seh dich nicht auf der Karte, oder? Ja, gut, stimmt. Doch. Ne, ne, wir sind nicht. Wir sind nicht. Du bist eine weiter. Alles klar. Nein. Dann guck ich mal, was hier drin noch so feines gibt. Aber ich versteh nicht. Ich glaube, du hast eine Anomalie gefunden. Ah, die brauche ich, die Kräuter hier. Oh, ein rotierendes Teil. Das war natürlich sehr gut. Da stellt man nämlich Wachung her. Falle gefunden. So. Ich muss noch hier mal den Akten schränken. Ein paar Sachen habe ich hier noch, die ich durchsuchen kann. Kistener kriegst du eigentlich ganz schön viel. Wenn ich mir das jetzt mal so angucke. Und vor allem genau die Sachen, die man auch braucht. Hm. Das stimmt wohl. Oh, ist auch gut so, ne? Ja. Fällt mir auch. Ja. Schau mal. So. Geh mal. Und der letzte Spitter. Komm. Ah. Ah. Na, was hatten wir drin? Noch geachtet. Blu-Glo ohne Ende. Und? Blu-Glo und ich bin richtig voll. Ja. Letzter mal sieben. Bisschen unheimlich eigentlich, ne? Ah, Kohle. Kohle ist auch gemeint. So. Ein Klo in Speck, alles klar. Denk mir jetzt nichts bei. Du mal den Atlas. Jo. der außerhalb irgendwo nein wollte ich nicht ich höre dich bald an bist du da unten naja verschwinde hier okay da ist auch nur Blue Glow ist hier das Team Ding geholt da hinten? äh soll ich das anmachen? ne wir haben 7 ja oh hier bevor du anmachst da höre ich noch eine ja die schreit hier rum ne ja ah da unten da unten ist er ja ja von dem brauche ich noch ein paar hast du sie schon? wir brauchen mehr von deiner Sorte oh hier hat jemand ach du bist auch wieder hier ja irgendwie ja ein Döschen Döschen hast du gefunden Döschen ja dann DZ oh na wie viel brauche ich denn noch? warte ich muss mal gucken wie viel wie viel von den Heilpads muss ich ja noch ein paar herstellen was sind oder die brauche ich ne da brauche ich ja viel zu viel für kannst du die nicht herstellen? doch aber ich brauche so viele von diesen kokoschen Pflanzendingern da oben ja muss ich nicht zu viel? wie viel habe ich denn hier schon jetzt? 1 halb hätte es hergestellt? ach komm hör doch auf Karin gibt es hier nicht so einen Shop wo man diese Pflanzendinger na schön wärs ja kaufen kann ja einen gefunden wieder kommen wir hier das können wir auch mitnehmen das können wir auch mitnehmen ja was ist das denn da oben? was denn? ich weiß nicht was das ist das sieht aus wie wie es da geht platziere den Atlas auf dem Ziel wenn du soweit bist hast du gefunden? ja ok ich bin nicht zum ersten Mal so ein Ding Bonusherausforderung jetzt verfügbar also bevor wir ich guck mal zu dir ich muss hier bloß leider noch jede Pflanze mitnehmen ich brauche echt unheimlich viel von diesem Blügelstrupp hier genau diese Wurzeln ja ich hacke jetzt hier ja hier ist es doch wie das hast du noch nie gesehen ne wenn das blau angezeigt wird so hier jetzt hier das habe ich noch nicht so gesehen boah ich hacke jetzt hier erstmal alles kaputt mit Blue Glow in den Atlas ein und da ist noch ein Überlebender irgendwo echt da unten habe ich noch ein bisschen Blue Glow zack hier noch ein bisschen kommen gib mir diese ja genau genau ich lege schon mal Blue Glow rein weil ich wissen will von wo die kommen das ist genug Blue Glow ich baue jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn sobald du bereit bist ah von Osten kommend von Osten ja ich kümmere mich nochmal um den Überlebenden hier wie ein Mann da drinne schon mal an Meditation gedacht und Ende wie ist das denn hier BAM hier ist äh äh Privatkeller mit dem Disco nö echt ja ja sieht ganz cool aus komm mal an retten ihn mal ah hier mit DJ Pult sogar cool irgendwie habe ich hier gerade paar Lags gehabt paar fiese ne immer noch warum ich hoffe das hält nicht an ja das hoffe ich wohl auch nicht ah dann gucken wir doch nochmal unten so ich muss jetzt eigentlich genug von diesen Dingern äh zerstört haben wo ist er denn hier der Typ ach hier guck mal wir brauchen mehr von deiner Sorte so auch leer gelootet hier da springe ich jetzt nicht mehr runter das habe ich mir noch mitnehmen mh mh kugeln sind immer gut kugeln sind immer gut so hast du schon ähm bisschen was gebaut ja bisschen was, ne? Von Osten wo kommen die? Hier, ne? Ja, genau. Die kommen einfach von unten und einfach von hier oben. Deutet, könnt ihn hier... Das reicht auch schon theoretisch bis hier. Zack, zack. Alles klar, ich stelle glaube ich auch mal eine Falle auf. Land noch weg. Oh mein schönes. Hier, die muss weg. Warum machst du die Wand weg? So, damit man hier einer hinsetzen kann. Dann kann man hier das Rand bauen. So. Was hab ich denn noch? Wand, was hier denn noch schön ist. Katapult, ne? Die anderen sind alle nur so halb. Wand, du ne Mo? Ja. Brauchen wir hier ein Wand-Dynamo hin. So. Joa. Baue ich noch ein paar... Ne, kann ich gar nicht mehr. Ne. Dann verbraue ich das, was ich hab. Ja komm, wir machen einfach Start. Ja. Du musst wie viel... Ich guck gerade noch mal hier... Einen kann ich noch mal wieder bauen. Fünf Stück muss ich hier bauen. Zwei. Oh, ich brauch noch so viele von den Blümchen hier. Das ist unglaublich. Hier, von denen, die da sind. Du aktivierst. Wo liegt derweil noch mal hier in diese... Noch kurz eine Verteidigungswand hier noch hin. Eine kommt auch hier hin. Falls die da rumlaufen. Oh, zwei Stück hat das gebracht. Komm noch mal was hin. Willenotfall. So. So, sehr gut. Dann komm ich zurück, dann können wir ein bisschen ballern. Ist das dein Ernst? Puh, no way. Alles klärchen. Dann aktiviere ich mal. Aktivierung in fünf Sekunden. Du schaffst es, Kommandant. Ich will die mal laufen lassen. Mal gucken, was passiert. Okay. Zurück. Zehn ausgeschaltet. Okay. Also unten ist safe. Ja, was heißt unten ist safe? Äh, sind genug fallen. Also wenn die von unten hochströmen. Ja. Ah, komm ich jetzt da dran her. Keine. Keine Saukücher. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, joa. Oh, joa. Was war irgendwie denn da? Ja, was war irgendwie denn? Hüllenwesen wollen in die Festung. Was wollen Hüllenwesen in die Festung? Das ist schlecht. Ich vergess immer mein, mein Ding jetzt hier umzustellen. Ah, guck mal an. Roast of it. Oh, okay. Oh. Okay. Oh, okay. Ja, aber wir können ja nochmal nach hinten gehen, also wir verbrauchen schon echt ordentlich Muni, die Typen. Ich kann ja derweil nochmal gucken, ob ich ein paar Blümchen krieg. Die sind wohl alle mehr oder weniger abgefarmt hier. Boah, was knallt in dir so? Das war mein Reck-Aid. Okay. Wie ein Mann. Was sind wir denn hier noch für ein Nettfassel? Ah, vielleicht kriegen wir es mal da mit, oder? Ach, oh nee, der Kleine. Zack. Na? Wie ein Mann. Ah, kriegen wir es schön mit dem Cricket-Schläger. Genau so stelle ich mir das vor. Nee, das reicht noch lange nicht hier. Ey, der Sound mit dem Cricket-Schläger. Ich glaube, der ist ja auch original, oder? Ehrlich, ich höre den nicht. Alter, der ist echt so ein Hartholz-Schlacht. Pong, Pong. Nee. Fuck. Fuck. Oh. Ich bin fein. Fuck. Ja, ich bin mal ordentlich hier aufs Schlechtbrett. Tak. Bam! Zweieinhalb Minuten noch. Kommt wieder der Bienenmann. Der Bienenmann? Der Bienenmann. Einmal ein Dicker hier. Wie ich dich geben kann mit meinem Cricket-Pflegern. Zack! Und nochmal, ey! Hallo? Oh! Die wohl abwehren kann? Hm. Ja, die kann man mit einem Nahkampfhaufen abwehren. Was kann man abwehren? Ach, diese... Bohnen, äh, diese Bones hier, diese Knochen. Ja. Wir nehmen Schaden. Ey geil. Fessel fällt. Fällt die denn? Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, kein Moon mehr. Ich könnte jetzt vielleicht holen, aber ich stehe lieber Cricket mit dabei. Irgendwie auch noch. Irgendwie auch noch. Ich glaube, ich nehme jetzt mal eine Linie an. Nette Hochwasserhosen. Ich habe bestimmt Spaß, oder? Also wird hier verfolgen. Boah. Ja. Und her. Stoß gemacht, Kommandant. Jihau. Jihau. Aber sag mal, hast du schon alle gebaut hier von diesem Medi-Pets-Dinger, Kirchen? Ja, ja, habe ich. Krass, wie viel Metz du hattest. Du musst auch irgendwie so 33 von diesen Blümchen pflücken dafür. So. Hm. Blümchenpflücker? Oioioioi. Ja. Boah, hast du schon angemacht. Aber ich habe auch irgendwie eine, ähm... Ich glaube, das war nicht die richtige, die ich gewählt habe. Meine war schon viel weiter. Wie viel haben wir denn? Zwei Fertigkeitspunkte? Oh, der ist gut. Wird mal schön gleich investieren. Bäm. Wieder eine Vierer. Knapp, aber wir haben wieder eine Vierer gekriegt. Na ja. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ein Schaden durch Fallen zählt auch nochmal bei dir mit, ähm, ein, ne? Ja, das kann durchaus sein. Seine Schaden fallen machen. Naja, gut, ging jetzt so. Alles klar. Ja, sicher. Wahre in Ordnung. 21.000 Punkte. Ja, ja, das passt. Das haben wir noch. Das ist schon okay. Ich habe nochmal Helden-XP gekriegt. Und ich glaube, ich habe noch nur mit... ...Heilpets erstellen. Zwei Stück musst du durch erstellen. Und, äh... Ja. Wir müssen ja noch eine Mission machen, weißt du? Ja. Um die zu schaffen. Zwei Fünfer und dann... Da kannst du dann auf jeden Fall... ...wählen. So. Und ich gehe mal ganz kurz hier... Mach ich mal hier an der Stelle einen Break. Und weiter geht's dann in der nächsten Runde. Also, bis zur nächsten Runde. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.